Herzlich Willkommen, liebe Freunde, Counter-Strike mit Dallocard und dem HOMA-J-Team. Hellas. Hellas. Ja, ich hab's eben gerade noch vergessen, beziehungsweise am Ende der Folge jetzt gesagt, ja. Rampage.com, ja, das beste Spiel der Welt, jetzt mit einer Indie-Gog-Kampagne. Indie-Gog. Sowie Rampage, nur mit Rum. Pommes und Hintertür. Einer außen noch. Alter, au. Alter, lol. Ich hatte ne fiese Waffe in der Hand. Alter, ich brauch Hilfe an der Hintertür, Mann. Das ist ein Krimineller. Ja, dankeschön. Ja, er mördert da rum. Alter, er mördert hier. Außen. Mord. Mördert. Mördert. Nein, ich so rum. Jetzt knapp. Ja, oh, er coolt euch an. Ah, wurde auch Zeit, ey. Da war alle. Da lässt er zwei von uns sterben für seine Show, ey. Der egoistische Bastard, ey. Wir werden uns erstmal hier ne Pro 90 auspacken, ey. Die ist die ganze Zeit. Hustle-Killer-Shemail-Seela. Hustle-Killer-Shemail-Shemail-Seela. Außen. Ja, genau. Come on. Einer ist unterm Heaven. Außen geht die Party ab, Leute. Aber wo ist der Typ unterm Heaven? Der kam nicht mehr zurück. Die sind schon unten. Ja, aber der Typ unterm Heaven kam nicht mehr zurück. Haben mich kaputt. 92. Achtung. Ging jetzt Tür. Da ist die Pro 90. Oh. Das ist nicht die Pro 90. Oh, shit. Hintertür noch eine. Nice eco. Nice eco, boys. Nice, nice eco. Das war einfach, gegen ihn zu spielen. Jetzt müssen wir sparen. Rentner, kannst du mir den Deal droppen? Äh. 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 4300. Ach da. Das ist die B1-5. Rechts. Ja. Ach, scheiße. Das ist okay. Dankeschön. Motivationsstichen? Ja. Ernst? Bei den Gegnern, ne? Ich bin dabei. Ich bin bereit. Außen, drei, vier. Außen. Ach Gott, ich hab nur noch neun HP, ey. Zwo, drei. Alle von unten, zwei unten, sind alle unten jetzt. Die Boys gehen runter. Alter, ich krieg direkt den Headdy, ey. Gibt's doch nicht. Einer nach außen. Ey, sind alle unten, ne? Wir sind schon durch. Wir dürfen schon mal drin sein. Alter. Alter, lol. Ich hab drei Leute mit der Diege geholt. Unten auf dem, äh, auf diesem Geländer. Boah, komm schon. Jawoll. Schöne Runde. Nice Ego, Leute. Woffel, 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 Woffel. Du hast eine AK? Eine AK? Gefunden. Mein Rund auch. Ja, wenn die gekauft hättest, dann hättest du uns ja verraten, ne? So, hier, Alter, jetzt hier. Jetzt, Alter. 4, mhm, 4, 1. Mhm, 4, 1. Let's move out, ey. Let's move out, ey. Ich will's, ich will's ja nochmal sagen, ne? Äh, ist wieder nur Henry und ich, die jetzt hier ein Diffusal-Kit haben? Ja. Reicht doch. Diffusal-Kit? Einfach nicht. Hintertür. Einer. Ist tot. Sonst nix. Tür wieder zu machen, bitte. Außen einer. Hier kam ne Flesh. Außen noch einer. Höhen noch einer. Du bist jetzt wieder dran. Stützt ihn mit. Ist der runtergelaufen außen? Ne. Lobby frei. Unterm Hefen kommt er. Ne, ich bin unterm Hefen. Ja, da kommt er gleich. Oder? Ich hab ihn hier nachladen. Er ist hier in der Ecke. Hier. Achtung, Wallhack jetzt. So ein Arsch, ey. Wo war der denn? Da hat er nachgeladen hinterm Harzgebäude. Im alten Secret. In so einem Eck, wo noch nie jemand war. Ich wusste gar nicht, dass man da rein kann, in so eine Ecke. Warte, Hackbeschuldigung in 3, 2... Ne, eigentlich schon zu lange. Hätte er direkt... Dann hätte er sich schon binden müssen. Move it, move it. Er hätte sich in die Ecke stellen müssen und schon Hacks oder Wallhack in den Chat schreiben müssen. Oder auf Enter drücken. Außen ist wieder die Party. Außen 2. Deploying Flashbind. Die sind schon durch, mindestens einer. Decoys out. Ist voll einfach gegen die zu spielen, ey. Counter-Terrorists win. Kaputt! Au! 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 Jaa. Jaa? W? Kobold. Ach, Kobold! Wiee? Jaaa.. Was ist jetzt hier? Ich finde es immer gut, dass wir mit Würde verlieren und mit Würde gewinnen. So wie man das als Counter-Strike-Spieler macht. Und immer ein Cheater gegen. Oder Noobs. Oh, 90. Hintertür. Hintertür hat jetzt meine M4. Ich stehe immer noch in dem Raum, in der Hintertür. Ein paar Mäse. Was ist denn los? Erzähl doch mal was. Das ist noch Lobby, glaube ich. Also ich stehe immer noch Rampe. Wie ein Bollberg. Eher wie das unbewegliche Objekt. Das ist ein bisschen schwer, ey. Das ist geil. Ja, ich war. Hier. Guck dir meine Move-Skills an. Siehst du das? Hier, ey. Guck mal her. Ich kann mich sogar berufen, ohne dass sich das Fahnenkreuz bewegt, Junge. Verdammt. Wow. Es geht nur nach links. So, wo sinds denn jetzt? In die Löwe. Bestimmt außen rum und knall durchdrehen. Ja, irgendwie damit, Alter. Kannst du dir vorstehen? Die saven, ey. Lobby, hab ich Noises gehört. Ja. Die oben auf dem Dach, glaube ich. Ja, ja. Lobby sind sie. Also über Lobby. Pommes kommt einer. Schön Jetzt ist außen auf dem Terrordach Am Silo und so Lunger da rum Der Rantner gönnt sich den Kill vielleicht Ist das Red Capo style T spawn sagt dann Da ist er da ist er Was für ein Zeid Was für ein Scheiss Geh weg Räuft Wir haben den Scout außen, muss aufhören für's Kann ja auch one hitten Das wäre wieder so ein klassischer Hopper J-Moment, uh die Scout tot Ja, jetzt kannst du vorspulen den Clip und dann zack Rampel? Ja, Rampe kommt auf jeden Fall einer, die Bombe Ja, die Bombe liegt Außen einer Letzte außen dann Nice Oh, was? 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 Woher du? Ach ja? Ach ja? Ach ja? Oh Echo Echo rings Echo, nice Echo, Junge Alter, muss ich noch ein bisschen zusammenreißen hier Move Weniger schreien, dann passt das Ja Nach Sieg aus, Leute Oh Mann, ey Kannst du das einmal Das können wir nicht mehr verlieren Das ist nicht möglich, ey Außen kommen Oh mein Gott, war der aber schnell Habe ich viele Sticker auf meiner scheiß Waffe Was ist da los? Was ist denn jetzt hier mit unten und hinten? Vorraum, Lobby, T-Base, Boys Oh, Hintertür Weder Schrudel Ins Gesicht Weder Schrudel Lobbangen Lobby Oh, das war richtig knapp Mhm Da wäre fast einer aus unserem Team gestorben Was ist denn los hier? Der will jetzt noch hier länger ziehen Der Klabautermann ist in der Terrorbase auf dem Dach Ich will mich messern Danke Und nicht Geh, Geh, wir haben ein Spiel gewonnen Jungs Ich bin mal Nova Näh, Näh Näh Loll 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 Das Spiel ist so schlecht Oh, das war aber fair Ja, jetzt wo ich Gold Nova bin Ja, würde ich sagen, dass das fair war Ja Alter Jetzt ist alles fair Das wären unsere Gegner nur besser Ich meine, wieso wären wir eigentlich immer gegen so schlechte Leute gestilliert, ne? Als Gold Nova Was ist denn da los? Ey, ey Kann man nicht angehen Immer so ne Eimer, da kommen alle hier Silber, Alter Wie kann man denn mit 150 Spielschutz Silber sein, ey? Schlecht, ey Ja, also gut, ne? Tschüss, Rumpage.com einmal vorbeischauen Und, äh Dadurch hast du noch irgendwelche schönen letzten Worte So von Gold Nova zu Gold Nova Spieler Ich fühle mich in dem Rang nicht mehr wohl Ich weiß nicht, ob das ein Diss war Ich nehme das als Kompliment, tschüss! Tschüss! einem